Er hat es nicht gewusst, meine Damen und Herren. Und wenn er es wirklich gewusst haben sollte, zeigt er es uns nicht. Interessant. Wunderbar. Sind die gestimmt hier? Ich habe mich leider noch nicht auf dem Monitor. Jetzt aber. Machen wir es. Ungeprobt, ja. Okay. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht mit zwei, man könnte Frau abspielen. Auf dass der Herrgott auf dich aufpasst und dir jeden Wunsch erfüllt, dass du auch für andere da bist und dir ab und zu behilft. Es ist okay, wenn du noch Steine griffst. Springe bei jeder Zung, dann bleibst du. Für immer jung. Dann bleibst du. Für immer jung. Auf dass du immer korrigiert bist, leidenschaftlich, freundlich und Du willst, du willst sehen, du willst sehen, dann bleibst du jung. Für immer jung. Für immer jung. Dann bleibst du. Dann bleibst du. Für immer jung. Und gut. Und wenn du immer jung. Häng, immer zu Dunner, dass du dich wärst, wenn dir jetzt stinkt, dass du dich oben machst oder hier kriegst und wo dich brauner Freunde sind. Und dass dein Herz, der Mann, durchschlägt, sein Takt hält seinen Schwung, dann bleibst du hier. Und dass dein Herz, der Mann, durchschlägt, sein Takt hält seinen Schwung, dann bleibst du hier. Für immer jung, dann bleibst du. Für immer jung. Grüße und Volker Wiedecken! Grüße und Volker Wiedecken!